Herr Muserich Herr Muserich und ließ mich zurück in tiefem Schmerz. Wo ist der Rest, das schönen Gedanken, die so sorglos er verliehen? Sah von mir nur geschlossene Schranken und konnte keine Worte daraus ziehen. Das Papier blieb leer, die Gedanken verkleistert, das Herz wurde schwer, ich hab's nicht geweistert. Als küsste mich Herr Muserich eine Sache, die mich heute und wenn er nicht gestorben ist, so warte ich noch heute. Und ich wünsche dich bitte um einstimmig, denn ich bin, ich bin hier noch in der Mitte. Ich bin hierher, ich bin hierher, die mich heute und ich bin hierher, 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 Untertitelung des ZDF, 2020